Thomas Luckmanns Essay Die unsichtbare Religion gilt als Klassiker der Religionssoziologie. Das Leitthema des Essays ist die Frage, ob die Religiosität in der modernen Gesellschaft tatsächlich verschwindet, wie es die sinkende Beteiligung an kirchlichen Organisationen suggeriert. Luckmann vertritt die Auffassung, dass sich die religiösen Funktionen in private Sozialformen umwandeln. Mit der unsichtbaren Religion ist die private, individuelle Religiosität gemeint und die Ablösung von einem institutionalisierten Religionsverständnis. Nach Luckmann werden alle Praktiken und Überzeugungen als religiös oder heilig aufgefasst, die eine sinnstiftende Funktion erfüllen. Orientierung und Identität ersetzen also den Glauben an eine übernatürliche Kraft. Luckmanns Essay wird allerdings auch kritisiert, da es ihm an konkreten Erläuterungen mangelt. So bleibt unklar, weshalb alles, was Identität und Orientierung stiftet, religiös sei. Das spezifisch-religiöse gehe durch diesen Ansatz verloren. Auch bewusst a-religiöse Wertesysteme wie der Atheismus würden nicht angemessen berücksichtigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020